Wenn es Fischer nicht gäbe, würden wir auch keinen Strom haben. Er macht Freileitungssysteme in Hoch- und Mittelspannungsnetzen. Verbindungsmuffen und Entverschlüsse. Ich finde es cool, dass wir unsere Produkte draussen sehen und darauf kann man stolz sein. Das ist topstile. Ah, merci. Wir wollen Strom sparen und wir sind dann zuständig, dass Strom vor allem ist. Strom für Licht, Stabsauger. Das Handy. Anfaschmaschinen. Netflix-Serien schauen. Grundbedürfnisse, also man kann nicht kochen. Das iPad, wenn man braucht, der Laptop. Zug. Mikro Welle. Alles was mit Strom zu tun hat. Es ist eine sehr sinnvolle Beschäftigung. Und wenn wir jetzt ohne Strom mehr haben, dann wird das schwierig. Hoch... Wie sagt man das Schweden? Hoch... In Isolatoren machen wir.